Couple on Tour erfüllen sich ihren großen Traum. 2022 ist kein leichtes Jahr für die beiden Webstars. Ina erleidet einen schweren Schlaganfall und kämpft sich seither in ihr altes Leben zurück. Sie macht bereits tolle Fortschritte und meldet sich schon einige Male bei ihren Fans. So auch vor wenigen Tagen. Zusammen mit ihrer Frau verkündet die Blondine große News. Ina und Nessie kaufen ihr Traumhaus. Im Mai 2022 hatte es endlich geklappt. Wir haben einen Kreditvertrag bei der Bank unterschrieben und uns unser eigenes Häuschen mit Kredit gekauft, welchen wir monatlich abzahlen werden. Die beiden können es wohl kaum mehr abwarten. Sie packen schon die ersten Umzugskartons. Ihre eigenen vier Wände stellen sie jedoch vor eine Herausforderung. Das Haus ist nicht barrierefrei. Doch davon lassen sich Couple on Tour nicht unterkriegen.